Herzlich willkommen bei fit, gesund und schön. Ich bin Irina Beck und Inhaberin dieser Vital- und Kosmetikpraxis. Wir bieten hier individuelle Behandlungen an, ganzheitliche Konzepte und wir setzen ganz auf die Kraft der Natur. Wir bieten Kosmetikbehandlungen für Damen und Herren, klassisch Aknebehandlungen, Anti-Agebehandlungen. Wir haben weiterhin dekorative Kosmetik, bieten Schminkhose an, schminken für besondere Events oder mal ein schönes Tages-Make-up. Ein weiteres Highlight ist unsere pneumatische Pulsationsmassage. Weiterhin biete ich Ihnen Ernährungs- und Gesundheitsberatung an als Orthomolekulartherapeutin. Für unsere Behandlungen nutzen wir hochwirksame Gesichts- und Körperpflegeprodukte, die alle den Hauptbestandteil Allolera haben. Diese Produkte, wie gesagt, werden bei uns für die Behandlung genutzt. Unsere Kunden können diese gerne individuell bestellen und erwerben. Was wir hier in den Regalen haben, das sind Beratungsmuster für unsere Kunden. Ich lade Sie ein, uns zu besuchen, dem Alltag zu entfliehen und zu entspannen. Ich lade Sie ein, uns zu besuchen, dem Alltag zu entfliehen und zu entspannen. Ich lade Sie ein, uns zu besuchen, dem Alltag zu entfliehen und zu entspannen. Ich lade Sie ein, uns zu besuchen, dem Alltag zu entfliehen und zu entspannen.